Ich bin der Finn, ich bin elf Jahre alt. Ich heiße Reda und ich bin elf Jahre alt. Ich bin David Weigand und bin zwölf Jahre alt. Ich heiße Luca und bin elf. Ich bin Jonas Dummik-Freund. Zwölf? Ich heiße Pascal, bin zwölf Jahre alt. Im Kiez-Klub gefällt mir, dass man hier seine Freunde treffen kann. Man kann Trampolin springen, sich Süßigkeiten kaufen und man hat viel Spaß hier. Ich finde den Kiez-Klub ganz schön. Beim Kiez-Klub bin ich jetzt schon ungefähr ein, zwei Jahre und gefallen tut es mir hier, weil es hier einfach mal ein Ort ist, wo man sich auch entspannen kann. Was mit Freunden spielen oder sowas. Am Kiez-Klub gefällt mir, dass man Trampolin springen kann, dass man sich mit seinen Freunden verabreden kann und dass man hier Wasserschlachten machen kann. Dass man hier Trampolin springen kann. Der Schauke drauf sieht so schön. Auf der Schauke, die ich so schön schaukeln kann. Hier kann man sich mit Freunden treffen und Süßigkeiten kaufen. Coole Sachen machen. Ich gehe hier mit Freunden hin und dann überlegen wir uns, ob wir hierbleiben und auf dem Trampolin oder so sind. Das ist mein Hobby, was am meisten Spaß macht. Und ja, hier gibt es auch noch ein paar Spielzeile sozusagen, Schaukele halt und es macht alles Spaß. Ja, das Essen ist gut, was wir hier machen. Also da können wir alle zusammen arbeiten, damit man sich hier auch ein bisschen entspannen kann. Das ist ein freier Gelände. Aber nicht so was, wo nur so ein paar Häuser, Weichgebiete und sowas. Das mit dem Kochen ist eigentlich ziemlich cool. Ja, das sah voll gruselig aus. Warum gruselig so lange nur vier Häuser, ne? Nee, aber ich meine jetzt... Könnt ihr schon Plinkball spielen? Mein Lieblingsessen sind Häschenkeulen. Kein Teller mehr da. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Alle da. Habt ihr so ein Essen? Alle da. Alle da. Alle da.